Ich bekenne, ich bin heute wieder einmal Auto gefahren, zur Arbeit und zurück und dann auch noch ins Kino, noch nicht einmal ins Nächstgelegene. Ich bin Autofahrer und brauche das Auto für den Weg zur Arbeit und ich genieße ab und zu auch die freie Fahrt bei guter Musik. Dennoch, jetzt in der Urlaubszeit, da werde ich das Autofahren wieder hassen. Baustellen und Stauskilometer lang, kein Urlaubsziel, vor das nicht der liebe Gott den Stau gestellt hat. Nein, gottgegeben ist unsere Art von Mobilität und Stillstand nicht. Vor über 120 Jahren meldete Karl Benz seinen Motorwagen zum Patent an. Seither rollt er immer schneller und schöner über die Straßen. Alle Welt will ihn fahren, den Motorwagen. Ein Siegeszug, der im Stillstand endet und die Welt an den Rand des ökologischen Abgrunds bringt. Wenn uns die Schwellenländer diese Art von Fortschritt nachmachen, dann werden auch die Chinesen, die Russen und die Inder im Stau stehen, und die Klimakatastrophe ist nicht mehr abzuwenden. Vielleicht ist es unsere Verantwortung für die Schöpfung, den Export umweltfreundlicher Technologien zu fördern. Vielleicht sollten wir neue Formen der Mobilität exportieren. Mobilität ohne Auto. Vielleicht ist es auch unsere Rolle als reiches Land in Sachen Umweltfreundlichkeit voranzugehen und das Auto ab und zu stehen zu lassen. Leicht gesagt, aber nachher setze ich mich wieder in mein Auto und bin selbst ein Teil des Staus und der Umweltzerstörung. Sicher, ich kann mein Autofahren einschränken, aber meine Kinder werden mir dennoch einmal vorwerfen, dass ich ihre Umwelt zerstört habe. Die Schuld bleibt, mit ihr muss ich leben und die vom Erfolg verwöhnten Autobauer auch.